Warum ihr beim Startup Begins dabei sein solltet. Ihr erhaltet Input für die Produktentwicklung und für die Präsentation eurer Ideen für die Pitches. Ihr könnt euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ihr erhaltet neue Ideen und Sichtweisen und vor allem ihr erhaltet auch Feedback von erfahrenen Mentoren. Meine Expertise liegt in allen Bereichen der Startup-Beratung außer der der Finanzen. Speziell der Ideenentwicklung und der Marktprüfung, der Unternehmensstrategie und Organisationsentwicklung, speziell dort auch die Soft-Skill-Faktoren und natürlich den ganzen Lean-Startup-Metoren. Ich betreue Startups als Mentoren, aber auch Technologie- und Industrieunternehmen. Mein Name ist Martin Sternsberger. Meine Firma ist die Meta Consulting. Sei dabei!